Harge Felsformationen, das natürliche Zuhause des Dolomitenschweins. An seiner Gangart merkt man deutlich, dieses Lebewesen läuft noch nicht lange auf zwei Beinen. In den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings kratzt sich das Dolomitenschwein, das Winterfell vom Leib. Zeit in einer Berghütte etwas Nahrung aufzunehmen, denn das Dolomitenschwein ist bereits fünf Minuten gewandert.